Hallo und herzlich willkommen zum neuen Adventkalendertürchen. Heute öffnen wir Türchen Nummer 13 am Kalender und Türchen Nummer 14, aber wir haben schon Türchen Nummer 15. So, wir öffnen nochmal Türchen Nummer 13, das ist das Mäusenspiel. Mäusenschlittenfahrt, du willst Mäusen? Ja. Das machen wir jetzt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, jetzt haben wir alle 6 Mäuse. Zurück. Jetzt öffnen wir Türchen Nummer 14 endgültig. Zauberhafter Weihnachtsbaum. Was braucht es für ein gelungenes Weihnachtsfest? Natürlich einen geschmückten Weihnachtsbaum. Hilf den Vögelchen beim Schmücken des Bäumchens, des Baumes. Ziehe dazu alle Dinge von unten auf den Baum. Du hast 30 Sekunden Zeit. Bisschen schön dekorieren. Zuckerstange, Schuh. Und da haben wir noch eine Grisbaumkugel. Und der Grisbaum schaut sehr schön aus. So, das war es auch schon wieder von heute. Ich möchte euch doch mal schnell auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen. Alle, die dieses Video jetzt sehen, schauen bitte unter dem Türchen Nummer 7. Das ist ein Gewinnspiel. Ihr könnt alle mitmachen. Jeder meiner Abonnenten nimmt automatisch teil. Aber, nicht jeder Abonnent ist automatisch gleich dabei. Nur wer eine PS4, PS3 oder Playstation Vita besitzt. Zur Zeit sind angemeldet sind zur Zeit zwei Personen. Zwei habe ich noch im Hinterkopf. Es sind insgesamt vier Personen. Und ich möchte, dass bitte ein paar mehr meine YouTube-Abonnenten dabei sind. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, wir öffnen Türchen Nummer 15 beziehungsweise Türchen Nummer 16. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.